Ja, lass mal lokal, 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 ja, also, Entschuldigung, wenn ich dann ab und zu mal aua oder so sage, das tut manchmal halt weh, die Boards sich wirklich fest, dass ich auch ja nicht weggehe. Ja, ja, so, also wer Katzen hat, weiß das vielleicht. Nun denn, und was mich auch gefreut hat, jetzt 14 Abonnenten. Ich weiß, für manche klingt das jetzt, oh, nur 14 Abonnenten, aber mich freut es wirklich. Und, ja, ich hoffe, dass die Abonnenten auch schön treu bleiben. Und, ja, also, ich hab, also, vor langer Zeit hat YouTube, äh, zu mir gesagt, ähm, ja, wie war das eigentlich? Also, da stand, wenn ich ein Video hochladen will, stand da dann, äh, hätte ich sagen, nee, wie war das, das war das nicht. Ähm, das war, wie folgt, erst mal wieder schlafen. Das war, ähm, wie war das jetzt? Moment, ich muss mal kurz nachdenken. Ähm, verdammt, meint's, ich komm da jetzt drauf? Ich hab gesagt, nee. Also, die haben da, wenn ich ein Video hochladen will, da stand da halt so, äh, steht ja manchmal so ein blauer Text, wie zum Beispiel, äh, äh, sie können nun, also, herzlichen Glückwunsch, sie können nun Videos über, äh, 15 Minuten Länge hochladen. Und, da stand dann, ähm, werden sie heute noch YouTube Partner? Äh, ja, ist, wow, cool. Dach ich auch mal, also, dann hab ich das auch mal draufgeklickt, also, da drauf. Und, dann, ja, stand da, dass ich, äh, jetzt monetarisieren kann, also meine Videos. Und, ja, also, ich glaub, ab 10 Euro hab ich mal irgendwo gelesen, würde man was bekommen. Also, wird erst mal nach nem Konto gefragt, dieses AdSense-Konto, oder wie man das ausspricht. Und, ja, bis dahin. Ja, ist, also, mir geht's jetzt auch nicht so ums Geld, Hauptsache, das macht mir hier Spaß. Und, ja, na, auf jeden Fall hab ich das dann gemacht. Und, ja, eventuell bei manchen Videos seht ihr das dann. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob man, äh, also ich bin ja jetzt eigentlich nur Monetarisierungspartner. Ja, ähm, ob man dann noch ganz normal Partner werden kann, das wär jetzt so ne Frage. Vielleicht weiß das jemand von euch, der selber vielleicht Partner ist, oder so. Ja, das würd mich auch mal interessieren. Scheiße, schöne Klaus. Und, ja, das würd mich echt halt mal interessieren, was ihr dazu meint, zu wissen, oder glaubt zu wissen. Und ich hoffe, dass es für euch jetzt auch mal ein bisschen angenehmer ist, also, dieses Let's Playen, beziehungsweise, kommentieren, was ich jetzt mach. Weil, manche haben sich, also, was heißt, besperrt, äh, Ich hab mal andere Videos von mir angeguckt, also, die schon etwas älter sind. Und, ja, da haben mir auch manche mal geschrieben, dass... Irgendwie war das. Also, ich kann mir Sachen echt schlecht merken. Da, das könnt ihr euch schon mal notieren. Und, ja, da hat jemand mal gesagt, oder eher geschrieben, Das... Was war dort? Das... Gleichfalls mir ein. Wenn ich immer das wiederhole, dann fällt es mir ein. Äh, haha. Oder auch nicht. Und, ja, das, ähm, das Video, ähm, ruckeln würde. Und, also, ist schon länger her. Das war Part 31. Und, aber, ähm, immer wenn ich mir das, die Videos angeguckt habe, hat es nicht geruckelt. Also, ich weiß jetzt nicht, wo das Problem lag. Ähm, ja, das würde mich ja mal interessieren, ob das bei euch ruckelt. Und, ja, und ob mein... Euch mein Kommentar sieht jetzt besser gefällt. Also, dass ich mehr jetzt rede, sozusagen. Und, ja, das würde mich auch interessieren. Hüp, 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 hüp. Scheiße, scheiße. Ach, geh ich lieber hier hoch. Aber, ja, das macht mir jetzt auch so ein bisschen mehr Spaß. Finde ich. Und ich hoffe, dass man das auch merkt. Und, ähm, ja, das andere Let's Play, das ich schon mal angesprochen habe. Ähm, ja, also ich hoffe wirklich, dass ich das bis zum Ende des Monats, also ist ja schon bald eigentlich, jetzt schon, fertig haben werde. Und ich glaube aber nicht, aber, ich werde, ähm, das am Ende des Monats anfang hochzuladen. Das heißt, ihr werdet das auf jeden Fall in des Monats herbekommen. Aber was ich dazu sagen sollte, ähm, die ersten paar Parts, zehn oder so, hatte ich in ein Durch aufgenommen. Und, ähm, da, ich weiß nicht, ob das jetzt, ähm, so schlimm aufhält oder so, hatte ich, ähm, ab und zu, keine Ahnung, habe ich nicht so motiviert geklungen. Also, ich hoffe, das wird euch jetzt nicht so stören, beziehungsweise nicht auffallen. Aber wenn, ist ja jetzt auch nicht schlimm, ich stehe dazu. Also, und da, die nächsten Aufnahmen werden besser sein. Da ist noch Erde. Mach ich von außen. Oh, welche war das hier? Da. Genau. Und, ja, das war das. Also, ich hoffe, dass euch das Let's Play dann gefallen wird. Ich sag euch aber immer noch nicht, was es ist. Oder doch? Hm, wenn ihr neugierig seid, würde ich mich, würde ich mich eventuell überreden lassen. Aber so, wie ich euch kenne, schreibt eh keine Kommentare. Also, das, das ist auch ein Kritikpunkt an euch. Ihr schreibt keine Kommentare. Ich will gerne mal eure Meinung wissen. Das ist echt schrecklich mit euch. Aber, ja, ne, ernsthaft, das würde mich mal wirklich interessieren. Dann kann ich mich auch verbessern. Wenn ihr mir nichts sagt, kann ich mich nicht verbessern. Ja, so viel Kritik an euch. Und mein Texture Pack, ne? Das war auch noch ne Sache. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Jetzt, zum Glück, also nur noch diese Woche, habe ich ja, ähm, Praktikum. Danach habe ich Ferien. Ähm, und dann werde ich das aber auch weitermachen. Und auch so ein bisschen Hobby-mäßig, wollte ich mal erzählen. Ja, schreibe ich auch so ein bisschen. So ein kleines Büchlein. Ja. Äh, ich, ich werde jetzt eine erwähnen und denken, oh mein Gott, wer macht denn sowas? Aber, naja, also so Hobby-mäßig mache ich das schon mal. Und, ja, das wollte ich auch mal sagen. Drei. Aber, was denn noch? So, was soll ich noch sagen? Hier, also ich habe echt viel Großes geplant. Ich habe schon sehr viel vorgebaut. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. Ich glaube nicht. Aber, was soll's? So, und hüpfen. Hier hin. So. Genau. Dann noch zwei. Dann. So mehr. So. Genau. Das wird was. Jetzt ist das all. Leer. Und ich will auch mal jetzt wieder. Also, was heißt wieder? Ich will jetzt mal endlich mal in eine, in das Netter gehen. Und essen brauche ich. Und essen brauche ich. Heißt, ich mache jetzt gleich los und es wird schon wieder dunkel. Also, die Tage in Minecraft gehen so schnell vorbei. Ja, das ist echt nicht normal. So, dann hier noch eins. Kann ich noch durchgehen? Ja, geht. Eins, zwei, drei. Dann eins, zwei, eins, zwei. Und da dann nochmal. Dann gehe ich in mein wunderschönes Nothäuschen. Ich springe hier rein. Ich springe hier rein. Und dann sage ich, ähm, ja. Erst mal, ähm, kommentiert. Und wirklich mal, bitte, bitte, ähm, dann liken oder nicht liken. Aber dann begründen, bitte. Und dann, das war's auch schon. Dann sage ich Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.